Vijayasana ist die Siegesstellung. Vijaya heißt Sieg, Triumph, triumphierende Stellung. Wir wollen alle öfters triumphieren. Nicht über andere, sondern einfach Freude haben am Leben. Raffaella zeigt, wie es geht. Vom sitzenden Haltung aus, gib den rechten Oberschenkel über den linken Oberschenkel. Halte dabei die linke Faser rechts neben dem rechten Gesäßhälfte und die rechte Faser links neben der linken Gesäßhälfte. Dann falte die Hände oder gib die Hände übereinander. Wenn du willst, schließe die Augen und konzentriere dich zur Nasenspitze oder zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Vijayasana.